Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Doppelhaus-Challenge in die Sims 4. Wir spielen hier natürlich in unserer Doppelhaushälfte. Die von Levos ist natürlich noch leer, weil wir noch in den ersten sieben Wochen sind. Und unsere süße Mira muss unbedingt Schmetterling jagen. Laserpointer sind eigentlich gemein, aber auch so süß. Bei einer Katze von einer Freundin haben wir das auch immer gemacht mit einem Laserpointer. Und was aber besser klappt als Laserpointer ist, also bei Uhren oder Messer geht das auch gut oder das Handy. Wenn das Handy im Sonnenlicht so spiegelt, dass es halt so einen Lichtschein irgendwo hinwirft. Da ist die Katze drauf abgegangen. Und dann haben wir das so gemacht, dass sie sich immer im Kreis dreht, die Katze, weil sie das Ding dann so gejagt hat. Und da, als ob die Katze betrunken ist, ist sie beim gerade Auslaufen danach so ein bisschen zur Seite gekippt. Das sah so geil aus, Leute. Also, wenn ihr mal eine Katze habt, müsst ihr das auch mal ausprobieren. Danach haben wir ihn natürlich ordentlich gestreichelt. Ja. Aber unsere Mira... Wir können das ja leider nicht einstellen, dass wir das machen. Aber sie jagt ja auch ihren Schwanz im Kreis, ne? Apropos, sie macht es. Das Dach gerade hier wurde einfach hingekackt. Tierbett von Schnarch und weg. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich ein eigenes Zimmer für Mira mache. Aber ich weiß nicht, weil es ist ja eine anhängliche Katze. Die möchte ja wahrscheinlich gar nicht ihr eigenes Zimmer haben. So, jetzt... Was macht sie jetzt? Weglegen. Wir füllen den Futternapf jetzt aber mal. Oh, ist das süß. Und dann gehen wir mal schlafen. Weil wir müssen ja morgen arbeiten. Es ist zwar hier 1 Uhr morgens. Ach ne, wir müssen gar nicht arbeiten. Das ist ja cool. Dann können wir hier noch Videospiele spielen. Müssen wir ja noch... Hier werden wir mal entspannt schlafen. Irgendwann folgt uns die Katze dann nach oben, wenn sie dann älter geworden ist. Das dauert übrigens nicht ganz so lange. Also bald ist es dann auch soweit. Was ich auch cool fand, ich hatte hier so ein krasses Späße- und Humorfestival, oder wie das hieß. Und dann dachte ich mir so, oh komm, die Katze nimmst du mit. Ja, ich hätte auch ein Katzenklo mitnehmen sollen. Also das nächste Mal nehmen wir nicht die Katze einfach mit. Ohne ein Katzenklo. Kann man das eigentlich bewegen? Ja, Mann. Dann packe ich es ins Inventar und dann können wir der Katze das Katzenklo mitnehmen. Das sieht nicht komisch aus oder so. Nein, so wir verwenden erstmal die Toilette und machen eine nachdenkliche Dusche. Ich möchte nämlich gern noch was kochen, was frisches. Weil man kann ja irgendwann hier so Partys schmeißen. Und da würde ich zum Beispiel gern so ein Dings-Party hier machen. So eine Dinner-Party, wo man dann auch... Also da kann man, glaube ich, Kaffeemaschinen oder sowas gewinnen, wenn man die auf Silber abschließt. Und warum nicht? Also ich trinke ja keinen Kaffee, aber... Vielleicht andere... Hier eigentlich? Ach nee. So. Aber vielleicht andere Gäste dann, wenn die Kaffee trinken. So, die holt sich jetzt einen Gartensalat. Nee, das machst du mal bitte nicht. Den behältst du nochmal. Ich möchte gern Frühstück servieren. Und zwar Rührei mit Speck. Super, ey. Du bist so ein Held. Pack das zurück. Wo ist die Katze, die schläft? Oh Gott, ist das süß. So, wir wecken die Katze nicht. Wir machen so, wie sie ist, ein Foto davon. Das ist so niedlich. Wir nehmen das gleich so. Wir machen gleich mehrere Fotos davon, weil dann können wir nämlich alle verkaufen. Das sieht nicht so schön aus, ne? Wir verkaufen die mal. Mira 20, sie ist Instagram-Follower dazubekommen. Das ist doch schön. Währenddessen kochen wir hier mal fleißig weiter. Oh Gott. Hallo, ich wende mich im Namen der Fit wie ein Turnschuh AG an dich. Wir möchten dir ein kostenloses Muster unseres neuesten Produkts, den Hitzohrhörer, schicken. Nehmen wir mit. Das wird Levos nicht bekommen, weil er das End-on dazu nicht hat, aber schwarze Ohrhörer und die sind weiß. Oh, das ist die Verpackung. Ah, das ist, glaube ich, die Verpackung. Die sind da drin, oder? Ah. Ist die Katze aufgewacht? Sie spielt schon. Ah. Ich liebe diese Katze. So eine zweite dazu zu adoptieren, wäre noch mal eine Überlegung. Aber ich hatte dann drei Katzen und das Problem war einfach, dass die überhaupt nicht zu erziehen sind. Also die haben dann direkt vergessen, was sie gelernt haben irgendwie. Also das Problem hatte ich mit meinen Katzen. So, ich möchte jetzt erst mal Videospiele spielen. Das, was ich auch mache nach dem Aufstehen. Erst mal essen. Also eigentlich nicht nach dem Aufstehen. Oh, sie war auf Toilette. Oh nein. Hör mal auf zu spielen. Deine arme Katze hat vor irgendwas Angst. Wahrscheinlich vor dem PC, oder was? Liebe spüren. Wir können die Liebe unserer Katze spüren. Oh. Mach das. Bitte. Bitte mach das. Oh. Süß. Streicheln. Und dann zocken wir weiter. Okay, die Katze hat wirklich Angst vor dem Computer. Was machen wir jetzt? Wir stellen den oben. Dann, dann muss der halt weichen. Ich wollte ja hier eh so ein zweites Wohnzimmer einrichten. Und dann werde ich hier einfach noch einen Computer hinbauen. So. Nehmen wir das mal. Ich überlege gerade, was für Farben könnten wir denn hier nehmen. Grün. Machen wir ein grünes Zimmer? Wir machen hier ein grünes Zimmer hin. Wenn wir nämlich schon mal dabei sind. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Das hier war das. Ich finde diese Farbe, die passt so mega geil. Das vervollständigen wir mal bis hier. Und das auch. So. Aber den PC, den parken wir von unten einfach nach oben. Und dann kann die Katze ja einfach den Raum verlassen, wenn sie Angst davor hat. So. Ich möchte aber hier noch ein Blümchen hinstellen, damit es ja auch ein bisschen gemütlicher aussieht. Finde ich das hier noch ganz schick. So. Dann haben wir da halt einfach so einen Schreibtisch stehen. Würde man das halt so braucht. Gibt es denn noch irgendwelche Hobbys, die wir erstmal verteilen könnten? Yoga ist auch keine schlechte Sache. Yoga machen wir mal hier. Tanzen. Oh, wir haben extra ein Fotoapparat. Eine bessere Digicam. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Legen die erstmal hier hin. Graffiti. Oh, und ein Sandsack. Jetzt passt das zum Brot natürlich nicht. Aber wir könnten den in unser Schlafzimmer stellen. Man hat natürlich immer einen Sandsack im Schlafzimmer. Wir könnten den auch braun machen, dann passt der hier hin. Dann haben wir unser kleines Hobby-Wohnzimmer. So, dann werden wir die Katze umarmen. Und streicheln. Wenn wir schon mal dabei sind. Und küssen. Keine sozialen Interaktionen. Ich finde, wenn ich mit meiner Katze Sachen mache, dann finde ich das sehr sozial. Okay. Wir spielen jetzt aber weiter. Und bald können wir die Gegend nochmal ausräumen. Das machen wir auch noch. Aber ich möchte erstmal das hier erledigt haben. Damit wir nämlich befördert werden. Ideale Stimmung konzentriert. Das finde ich immer schwierig, den Sinn zu konzentrieren. Die Stimmung zu bekommen. Außerdem müssen wir das hier irgendwie nochmal hinkriegen. So, wir zocken auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen. Guck mal Katze. Was ist das? Lecker. Aufwischen. Schüssellehren. Ich hatte noch nie eine Katze, die sowas gemacht hat. Ist das jetzt ausgekotzt? War das schlechtes oder was? Egal. Wir hören mal auf zu zocken. Wir haben ja leider so eine Katze, die hier hingekotzt hat oder so. Das sollte man mal wegmachen. Das können wir manuell in den Geschirrspieler stellen. Für einen Teller. Fängt jetzt an abzuwaschen. Mal diese Arbeit mit den Katzen hier. Ja, das wird sich ja bald von alleine füllen, ne? Kumpel werden. Oh, wir werden Kumpel mit der Katze. Das ist geil. Oh, wir sind Kumpel. In der Küche. Wir sind Kumpel in der Küche geworden, aber wir sind Kumpel mit der Katze. Intellektuelle Diskussion und streicheln. Ach, süß. Katzen. Oh, wir brauchen draußen noch einen Container. Einen Müllcontainer. Fällt mir so auf. Das haben wir noch gar nicht, ne? Die Katzen können simmlisch verstehen. Das ist interessant. Oder man meint ja, dass sie das verstehen können. So, wir ernten aber auf jeden Fall jetzt mal hier alles Mögliche. Oh, der Baum ist mittlerweile mal zum Baum geworden. Als ob er vorher was anderes gewesen ist. Also zwar vorher schon dazu prädestiniert, ein Baum zu werden, aber er ist jetzt ausgewachsen. So, das klingt vielleicht besser. Eine Zeitkapsel. Etwas Flauschiges, Weißes. Oh mein Gott. Oh, Schnurrhaar. Es ist flauschig und weiß. Ach, geil. Mein Vater hatte mal eine weiße Katze. Ey, die war toll. Die war einfach geil. Wobei die ziemlich unerzogen war oder sich nichts sagen lassen wollte, habe ich gehört. Mein Bruder musste mal auf die aufpassen. Das waren die schlimmsten Wochen seines, oder Stunden seines Lebens, oder Tage. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall meinte er, das war eine richtige Horror-Katze. Die hat alles gemacht, was sie nicht soll. Egal, ob du da nett gewesen bist oder nicht. Oh, hier können wir noch einen Frosch entführen. Lass mal den Frosch da mitgehen. Das ist immer eine gute Idee. So, kann man hier irgendwie was machen? Später. Wir gehen erst mal hier rum. Okay, da ist ein Hund unterwegs. Nehme ich mal an. So, wir pausieren mal kurz. War hier noch irgendwie was? Hier haben wir schon mal ein Löwenmolchen. Da können wir schon mal hinrennen. Das Brand. Ne, das ist ein anderer. Maruise. Liegen hier Federn rum. Federn bringen Geld. Ne Katze mit dem schwarzen Schwanz. Moment. Die ist hässlich und stinkt. Aber sie hat einen schwarzen Schwanz. Und er ist flauschig. Aber das... Ne. Das ist Bürgermeisterin Schnurhaar. Die Tauben lassen hier nichts fallen. Wir können hier diese Chrysantheme da uns gönnen. Hier ist ein richtiger Katzenspielplatz, oder? Oder ein Hunde. Für Hunde bestimmt auch. Hier gibt es sogar einen Futternapf. Gibt es hier auch einen Katzenklo? Oder gehen wir mal hier hin. Ernten. Graben. Das ist wieder dieselbe Schnurhaar. Ja. Die hatten wir schon. Warum liegen hier keine Federn? Das finde ich jetzt nicht okay. Lauf mal ein bisschen schneller hier hin. Danke. Was haben wir hier? Ist das ein Hund? Rosie. Ja, es ist ein Hund. Ein ziemlich hässlicher Hund. Egal. Wir sind ja hier, um Sachen einzusammeln. Damit wir mehr Geld bekommen. Chinolit. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Wir räumen ja schon das nächste hier aus. Hund, geh da weg! Danke. Das ist meins. Das will ich haben. Frösche. Dann können wir Frösche paaren. Das ist gut. Das bringt nämlich auch Geld. Wenn man regelmäßig dran denkt. Essen bestellen. Tierzubehör kaufen. Können wir da Premium-Tierfutter kaufen? So, hier sind leider keine Tauben, die mal... Was haben wir denn hier? Ach, das ist Bürgermeisterin Schnurhaar, die da rumliegt. Haben wir hier sonst doch was? Nee, ne? Dann können wir ja nur noch auf diese Seite gehen, um hier einzusammeln. Dann machen wir das doch auch mal. Aber hier hinten, doch, hier ist eine Blume, oder? Ja, eine Katzenminze, ey. Das nehmen wir auch mit. Und dann nehmen wir das hier mit und das hier. So, aber sonst ist jetzt hier wirklich nichts mehr, ne? Okay, dann geh mal nach Hause. Deine arme Katze, die so lange allein sein musste. Die chillt, also passt das schon. 21 Uhr irgendwas. Wir müssen erst mal an der Lieblingsstelle die Katze kratzen, um sie dann zu streicheln. Das funktioniert immer bei Katzen, ey. Katzen sind so toll. Wir können extrem ihre Liebe spüren. Warte, das möchte ich jetzt mal sehen. Oh, Peguna kontiniert. Oh Gott, ist das niedlich. Okay, jetzt gehen wir aber erst mal auf die Toilette. Und dann gönnen wir uns mal ein Schaumbad. So, wir verkaufen dann mal. Wir züchten einen Frosch mit dem Eierpflanzenfrosch. Was haben wir denn hier? Nichts wirklich Großartiges. Eigentlich können wir die alle mal öffnen, weil die könnten irgendwas Gutes enthalten. Katzenminze macht Katzen hyperaktiv. Ich glaube nicht, dass wir das haben wollen. Ein Fisch. Hellritze. Verkaufen wir auch. Kamikazeminze. Versetzt seine Katzen in Rage. Auf jeden Fall. Das ist eine richtig gute Idee. Die Katze in Rage zu versetzen. Ich kann mir nichts Sinnvolleres vorstellen, was man mit einer Katze machen sollte, als sie in Rage zu versetzen. So, Abendessen servieren. Reste nehmen. Stimmt. Öffnen. Wir essen den Gartensalat. Ja, Katze, entspann dich. Irgendwie braucht die ganz schön lange, bis die altert. Die andere, die war schneller alter. Die war schneller älter. Die war schneller alter. Die Katze. Hallo, Vladislavs. Wir müssen dich leider ignorieren. Ich wäre gern ein Vampir, aber Levers hat das Pack nicht. Deswegen geht das schlecht. Äh. So. Jetzt ist der vor unserer Haustür. So, nebenbei guckst du den Kochkanal. Fertigkeiten und so. Wir wollen ja hier das Bestmögliche aus unserer Sim-Dame rausholen. Also das nebenbei öffnen. Ja, das geht. Öffnen. Extra hier. Öffnen. Öffnen. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Die spielt. Wir spielen nochmal mit Laserpointer mit der Katze. Dann öffnen wir den Rest hier. Was haben wir denn hier schönes? Schnurrbart. Was zur Hölle. Ja, ich möchte einen vollständig alten Schnurrbart. Zerbrochenes Fossil. Ja, super. Buddy. Weg damit. Chess McFreely. Weg damit. Duki. Weg damit. Wir verkaufen die so. Das bringt, glaube ich, mehr Geld. So. Wir haben ja alles für unsere Karriere erledigt. Dann können wir jetzt in Ruhe schlafen gehen. Mal Simstrophäe, ey. Besser nicht. Die Katze ist so niedlich. Kannst du jetzt mal älter werden? Da kann man mehr mit dir machen, Katze. Man kann dich bürsten. Und auch andere Sachen machen, die mir gerade nicht einfallen, weil ich sie natürlich aufzählen möchte. Und dann schaltet das Gehirn immer ab. Macht die Simstagramm-Tier während sie schläft? Nein, macht sie nicht. Die Katze ist für die Stromkosten verantwortlich. Seht ihr das? Super. Katze. Wann muss ich denn zur Arbeit? In zwei Stunden. Dann gehen wir doch mal nachdenklich duschen. Dann fahren wir doch mal die Toilette sprengen. Und dann essen wir ein Rührei mit Speck, oder? So, Rührei mit Speck. Und wir werden die Fische paaren. Da kann ja, glaube ich, auch nur das rauskommen, womit man es paarte. Neuen Frosch gezüchtet. Ja, ja. Wir sind hier Züchttalente. Oh, wir haben hier noch eine dreckige Schüssel. Die schmeißen wir mal in den Geschirrspüler, damit der sich sofort anschmeißt. Für eine Schüssel. Man könnte effektiver sein, aber nein, das geht nicht. So, jetzt muss ich gleich zur Arbeit, ne? Oder eine Stunde habe ich noch? Ich weiß es nicht. In einer Stunde, okay. Dann guckt nebenbei den, ich möchte gerne links konzentriert werden Kanal, aber das gibt es leider nicht. Schau den Kochkanal. Na, Katze? Ich muss jetzt leider gleich zur Arbeit. Guck mal, ich sehe schon so aus, als ob ich gleich zur Arbeit muss. Ich muss gerade schon nach oben gucken, ne? Das ändern wir gleich. Aber Hauptsache ein Kamin. Die Katze guckt mit. Von da unten. Sieht die überhaupt was? So ein Fernseher zum Mal draufstellen, wäre besser, ne? Gikon. Die Gikon ist. Das ist jetzt doof. Und ich muss zur Arbeit. Oh nein. Unsere Katze schläft. Das ist schön. Oh nein. Da will man sich einen Schluck Energy gönnen. Eine wütende Kundin ruft Chihiro an und verlangt die Rückerstattung des Kaufpreises für ihr neues Smartphone. Sie kann die Kundin auszahlen und ihr Spiel weiterzocken oder sie beruhigen und das Problem mit ihr erörtern. Wir beruhigen sie. Das kommt bestimmt besser an. Leistungsverschlechterung. Toll. Sollte mittlerweile gelernt haben, dass diese Art Kunden einfach nur ihren Frust ablassen wollen. Sie könnte sich auch direkt als Zielscheibe verkleiden. Die Kundin ist jetzt noch wütender und verlangt den Chef von Chihiro zu sprechen. Ja, das war jetzt nicht geplant. Oh halt, ich wollte ja fleißig arbeiten. Wir haben ja noch bis 18 Uhr Zeit, dass die Leistungsanzeige auf dunkelgrün geht. Eventuell vielleicht. Mit einer Menge Hoffnung und Fantasie. Ja, perfekt. Ich möchte nämlich befördert sein. Dankeschön, Dankeschön. Wir sind zwar gelangweilt von der Arbeit, aber das war es wert. Wir haben den Edelstahl-Lomat gekriegt. Ich gucke mal ins Haushaltsinventar. Wir wollten ja eh den Fernseher noch weiter nach unten verschieben. Wo ist besser, ne? Ja. Definitiv. Sieht sogar so aus, als ob er da drauf steht, ne? Also, was will man mehr? Was haben wir denn hier alles bekommen? Den Edelstahl-Lomat. Wir verkaufen den einfach. So. Wir müssen Videospiele spielen. Aber unsere Katze. Wir müssen unsere Katze erstmal hier. Wir gehen Videospiele spielen. Die Katze ist ja gerade beschäftigt. Sims Forever. Oh, die Musik dazu, ey. Die Arbeit war wie immer. Ein weiterer langweiliger Tag, der mit langweiligen Aufgaben zugebracht wurde. Ich habe gerade zerstört gelesen. Ich weiß, ich muss immer irgendwas mit zerstören lesen. So, wir werden die Frösche mal miteinander fröschen lassen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das verkaufen möchte. So, unsere Katze ist wach. Dann können wir hier ein Leckerchen geben. Und dann die Katze streicheln. Die an Lieblingsstelle kratzen. Und sie streicheln. Und dann fragen, was los ist. Katze. Oh, Liebe spüren. Das wäre mal cool, wenn wir hier unten noch ein Bad einrichten eigentlich, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Zumindest eine Toilette wäre mal praktisch. Wir könnten das hier abgrenzen. Müssen wir mal gucken. So, allerdings gehst du erstmal auf die Toilette. Müssen wir immer in den ersten Stock gehen. Das ist nämlich ein bisschen doof. Und wir werden wieder die Gegend unsicher machen. So, ich mache das jetzt aber mal so im Schnelldurchlauf. Dann nehmen wir hier einen Apfel mit. Graben die Gegend um. So, Dienstag haben wir immerhin schon. Dann gräbst du das mal aus. Was haben wir hier? Den Erdbeerstrauch. Den nehmen wir auch mit. Erdbeersträuche sind immer schön. Dann ist hier noch was vergraben. Hier ist leider kein neuer Frosch. Ganz schön schnell. Einmal nicht so schnell, Alte. Ich komme hier nicht hinterher. Ich muss hier die Gegend noch immer absuchen. Weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, wo es hier eigentlich immer lang geht. Ich finde blöd, dass sie zwischendurch einfach immer aufhört, was sie da gerade macht. So, wir haben hier noch einen Apfelbaum, den wir ernten können. Ach, hier haben wir noch Katzen. Ne, Gänseblümchen. Okay. Gut zu wissen. Dann haben wir hier die Löwenmäulchen. Wir haben eine Zeitkapsel gefunden. Wir werden das alles einfach so verkaufen, wie es ist. Da ist der süße Hund wieder. Hässli. Gott, ist der niedlich. Aber ich will die nicht adoptieren. Ich kann ja nicht jedes Tier, was ich süß finde, einfach adoptieren. Ich meine, dann müsste ja schon die halbe Zoohandlung bei mir wohnen. Das wäre ja ein bisschen blöd, ne? So, dann graben wir mal fleißig. So macht man Geld. So, dann möchte ich hier nochmal suchen. Wow, sie hat es nicht unterbrochen. Das ist ja schon mal etwas. So, dann können wir hier noch graben. Das ist das Schöne, dass das immer wieder respawnt. Juryt. Ich habe eine Schatzkarte ausgegraben. Das ist ja schön. So liegen hier Federn irgendwo rum. Sieht nicht so aus, ne? Dann muss ich auf die Seite, um hier noch einzusammeln. Wenn man da schon mal alles hat hier. Hoffentlich unterbricht die das jetzt nicht wieder. So, gewöhnliche Tuning-Teile. Ist ja nicht schlecht. Ich muss mir dieses komische Ding noch kaufen. Moment. Hier ist unser Haus. Ich muss unser Haus erstmal wiederfinden. Dann werde ich doch mal einen Gartensalat essen. Dann die Fische Tiki-Taki machen lassen. Hier war schon mal ein Fisch. Klein Vieh macht nämlich Mist. Und dann schauen wir wieder den Kochkanal. Und ich verkaufe jetzt, was wir hier Schönes bekommen haben. Die Schatzkarte. Das kann man ja mal unter den Fernseher legen, oder? Wolltest du nicht essen? Hallo? Hör mal auf zu fernsehen, Alte. Du sollst essen. Muss morgen arbeiten, ey. Und hier ist alles rot gefühlt. So, wir werden uns das aber für nächste Folge vornehmen. Die sieht hochglücklich aus. Seht euch das an. Oh Mann. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit schau und bis zum nächsten Part. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020